ja hallo und herzlich willkommen zurück zu letztlich bei der Lenz doch kommen ich jetzt und um genau wir sind jetzt Prozent auf dem Weg zu und dem zu der 6 in Leidtel mit Prozent dem Ex von der Maxi ja ja der liegt ja immer noch ja 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 ich bin erst Fertig? Fertig. Ich brauch mal ne krassere Waffe, das können wir ja nicht. Nicht mal der Iron Bear kann das einschlagen. Ja, das stimmt. Oder, keine Ahnung. Ähm... Nee... Ja, der drückt sich natürlich immer weg. Gut für dich. Platsch. Wieso greifen die mich eigentlich immer noch an? Ähm... Bin ich nicht in... Ähm... Royal Modus von denen. Oder vom... äh... Killmonga... Blabla... Ja, wahrscheinlich mal die... die vier... Ähm... Hi. Die vier... äh... Marken haben von mir. So, dann wollen wir mal zu... äh... zum Kleinen gehen. Hey, wo ist Moxie? Sie ist die glückliche Gewinnerin! Nicht du! Du bist nur ein nichtsnutziger Kammerdieb! Hey, ich bin sexy! Die Crew hat die Marken. Ich komme gleich, Kenneth. Äh... darf ich vorbei? Ich gehe einfach vorbei. Oh... Kki! Wenn ich gleich vorne... Was... was... Oh nein, es ist eine Arlena. Egal, ich hab den Bär. Will der... ähm... öffentlich das machen? Schon mal alles aufmachen, weil ich glaube, jetzt kämpfen wir gegen... Alle neuen Zuschauer, ihr seht, wer vögelt den Basilio leer. Moderieren von mir, Killer Volt. Ich bin auch der Hauptgewinn. Es ist soweit. Gib Killer Volt das Zeichen meiner Zuneigung. Arme Sandy. Sie wird uns fehlen. Oh Jenny, Jenny. Ich hatte mir viel von ihr erhofft. Lena war echt heiß. Zuschauer. Und zuletzt, her mit Moxys Marke. Verdammter Nerd. Ich... wollte nur geliebt werden. Ja... Ja... Na... Nein, ich bin so... Ja... 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 Okay. Ich mach mal den Bär. Wo ist der hin? Was ist der Schild, Mann? 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 Bär, wann bist du endlich wieder ready? Was ist der Schild, Mann? Ja, gleich ist der Bär wieder da. Was ist der Schild, Mann? Was ist der Schild, Mann? Nein! Danke! Nächster! Das ist voll! Nicht mein Tag! Was ist der Schild, Mann? Das ist vollkommen jetzt. Das ist vollkommen jetzt. Was ist das? Das wollt ihr nicht! Blitz, blitz, blitz! Blitz, blitz, blitz! Scheiße! Das war gemein! Warte, gehe aus dem Weg! Danke! oh ja ja von kommt er aber da habe ich ja noch ein bisschen Habe ich wieder Monitionen? Ne. Na gut. Oh, jetzt kann man ja dann kommen die Affen. Kommt jemand da, der ist halt. Oh Oh Hi Ja, langsam. Oh, was seid ihr halt da? Da geht's. Ja. Große Klappe, nichts dahinter. Wie immer, Kenneth. Lebt wohl. Nimm seinen Rucksack, Kammerjäger. Ja, ich hab in meiner Bar den richtigen Platz dafür. Okay. Okay. Ja, das war ein interessanter Fight. Warte, ich tue mal die günstigen Waffen weg. Die billigen, die billows, ja okay, 100. 2, 2, 2. 2, 1, 3, ja. Okay, weg da. Ja, die in diesen, äh, ja. So, äh, so, den nehm ich. Den nehm ich. Äh, die anderen... ...den tue ich weg. Ähm, da gab's noch mal noch andere Hunderter. Den da, den da, den da. Aber die sind alle mehr wert. 200, 180, 100. Okay, da kann ich, äh... Den einfach mitnehmen. So. Ja, oh Gott. Noch mehr Waffen. 300 und noch mal 300, also kann ich noch mal. Entschuldigung. Das, äh, muss aber jetzt sein. 188, 160, 170, 90. Ist ja egal. Ich tue jetzt mal 400er weg. Weil die beiden kommen mit. Oder nicht. Äh. Der ist besser als meine. Okay. Vor allem plus, äh, ähm... Äh, plus 300 indirechten Schaden, also Prozent, ist schon nicht schlecht. Nee. Äh, genau. Plus 31 Waffenschaden, plus 30 indirekter Schaden. Das ist halt geil. Und ich... Jo. Und ich mach... ...nach für mich wieder... Ach so. Das ist halt nur eine Explosion. Aber egal. Egal. Mal schauen, wie die... Was für einen Schaden die machen. Also an sich müssen die ja mehr Schaden machen. So. Das macht einfach Spaß. Von dir, oder? Ich bin nicht. Ich stück mich nur. Nee, wäre es etwas intimer. Ich bin nicht in dir. Okay, schon macht's schon krassen. Hm. Alter. Häh. Super, jetzt... da drüben ist auch noch ein das hat gerade nicht gereicht hat die schade wo bin ich jetzt an dieser tollen die jetzt alle wieder auf das volle der voller kirk hier Ich hab dich herbeigewünscht und da bist du! Gerne. Jetzt... Alter, was ist denn hier los? Ja, zum Glück. Wieso sind die jetzt wieder da? Mhm. Okay. So, jetzt muss ich aber schnell zu Moxie. Nee, Schnauze, ich lass dich jetzt einfach da stehen. So, wo soll ich denn? Hä? Nice. Wieso? Vielleicht benutze ich das nur zum Vergnügen. Danke für die Hilfe, Schätzchen. Lass uns reden. Du weißt wirklich, wie man ein Mädchen vor Publikum glücklich macht, Schätzchen. Du kannst gern jederzeit wieder mein Champion sein. Ich weiß, dass diese Galaxie alles andere als zivilisiert ist. Ich kann nicht jeden umbringen, der seinen Maul zu weit aufreißt oder mich nicht respektiert. Aber ich kann's versuchen. Okay. Ähm. Naja. Moxies Kneipe. Schon bekannt. Oh, schade. Hä? Schon bekannt? Habe ich Moxies Kneipe schon, schon bekommen? Wann denn? Am Anfang? Hm. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt relativ, äh, schon fortgespürten. Ach. Wem. Dieser. Flatsch. Ich muss jetzt duschen. Wann? 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 B Yep. Da kommen sie. Alter. Ja. Voll aufs Fressbrett! War das zu viel. Ja, für mich ist es ja...zuviel! Ich brauch Pause. J-Dezil! gut und damit danke für zuschauen und bis zum nächsten mal nächstes mal werden wir den agenten besuchen wir 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 wir